Moin Leute von heute, was geht ab? Yes, es ist am Start für euch seltene, epische und legendäre, die besten Waffen in Call of Duty Modern Warfare. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal, wie ihr die legendären Waffen und so weiter freischalten könnt. Dazu gehen wir einmal ganz kurz in den Multiplayer, das lädt hier immer so ein bisschen. Dafür geht ihr auf Quartiere und dann geht ihr auf Mehrspielerherausforderungen und dann geht ihr auf Missionen und hier könnt ihr dann spezielle Missionen erfüllen und zwar, dazu müsst ihr auf jeden Fall einige Sachen hier erreichen, die 10 Doppelabschüsse, also ihr könnt auch nur, das wollte ich nochmal ganz kurz dazu sagen, ihr könnt auch nur 1 zur Zeit aussehen, also ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel hier alle Missionen anklicken und dann erwarten, dass ihr jede Waffe bekommt, ihr könnt nur 1 zur Zeit machen, also wenn ihr zum Beispiel Suchen und Zerstören jetzt momentan am Suchen seid, dann sucht ihr euch am besten eine Mission aus, wo Suchen und Zerstören drin vorkommt und so weiter. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, die Mission könnt ihr euch dann immer hier anschauen, was ihr dazu machen müsst. Hier guckt euch das mal an, ihr bekommt auch immer pro erledigter Aufgabe immer so ein kleines Geschenk und am Ende, wenn ihr alles erreicht habt, erreichen sie ein 4 unterbrochene Abschüsse im Abschussfeed. Also in der Abschlusskammer 4 ununterbrochene Abschüsse, das ist auf jeden Fall schon Hammer und dann bekommt ihr dieses Scharfschützengewehr, das ist auf jeden Fall richtig cool. Also ihr wisst jetzt auf jeden Fall schon mal, wie ihr die legendären Waffen und so weiter bekommt. Jetzt gehen wir nochmal auf Waffen, so Ausrüstung bearbeiten, hier könnt ihr natürlich alles umbenennen, Rechtsklick mit der Maus und dann könnt ihr eure Klassen umbenennen. Denn die habe ich gerade eben noch umgestellt, da haue ich jetzt auf jeden Fall, also hier könnt ihr schon mal meine Handfeuerwaffen sehen, hier habe ich schon mal einen coolen Revolver freigeschaltet, der hat hier schon alle Aufsätze und das Coole ist, bei den legendären Waffen und so weiter, achso, nee, Gold ist legendär, sehe ich gerade, denn ist wohl lila episch. So, hier habt ihr dann auf jeden Fall schon mal alle Aufsätze, die könnt ihr dann speziell noch umändern, diese Aufsätze, aber das machen wir jetzt nicht. Ich wollte hier nochmal kurz was ausrüsten, ich wollte hier im Nahkampf, da habe ich nämlich auch schon hier so ein episches Messer, richtig cool auf jeden Fall, das benutze ich in meiner Sniperklasse, wenn ich das Level 37 erreicht habe. Da habe ich schon fast alle, also schon richtig viele Tarnungen freigeschaltet für meine Sniper. Für die AX, hat ja einer in die Kommentare geschrieben, ich soll damit eine Nuke schaffen, werden wir auf jeden Fall noch uns auf die Lauer legen. So, hier habe ich jetzt diese Waffe noch freigeschaltet, das ist die MP7 in, oh, ich dachte die Uzi habe ich freigeschaltet, das ist ja die MP7, die seltene, die hat auf jeden Fall drei Aufsätze und die kann man normalerweise, glaube ich, noch gar nicht spielen, seht ihr? Die kann man noch gar nicht spielen, die Waffe, aber wenn ihr zum Beispiel die Mission gemacht habt, dann könnt ihr die auch schon, wenn ihr das Level noch nicht erreicht habt, locker und easy in eure Klasse reintun, seht ihr? Ja, und dann könnten wir hier als Sekundärwaffe zum Beispiel das Messer reinhauen, falls ihr keine Muni mehr habt, aber dann würde ich auf jeden Fall, bei dieser Klasse würde ich auf jeden Fall Plünderer empfehlen, damit ihr immer Muni am Start habt und was könnte man da noch mitnehmen? Hmmmm, reduzieren sie die Ladezeit von Feldausrüstung um 33 Prozent, eifrig, ah, hauen wir das mal rein. So viel habe ich noch nicht freigeschaltet, aber da könnt ihr auf jeden Fall so mal mit dem Klasse und so, ich habe wie gesagt immer nur die Standardausrüstung, die allerletzte Scharfschützenausrüstung gespielt, also die Scharfschützenklasse da ganz unten Nummer 10 war das, glaube ich, mit Shotgun, Sniper, also weil ich die Sniper ja noch nicht zocken kann und das ist auf jeden Fall auch richtig, das habe ich gerade freigeschaltet, das ist Totenstille, das soll richtig cool sein, macht ihre Schritte für kurze Zeit leiser. Abschüsse laden die Dauer auf, also wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Abschuss gemacht habt, dann, äh, lädt das hier unten rechts, der Kreis, wisst ihr, der Kreis, wo sich das immer auffüllt, dann lädt sich das schneller auf, also je mehr Abschüsse, desto öfters könnt ihr das, glaube ich, benutzen, dieses Totenstille, ist auf jeden Fall richtig cool, habe ich jetzt mal ausgewählt, hier haben wir noch Speziell, Spezialmunition, Geschoss und so weiter, das brauche ich jetzt alles gar nicht, so, die habe ich auch noch freigeschaltet, das sind die, äh, ist die M4, die XRK M4 in, in Legendär, sieht auf jeden Fall auch cool aus, da habe ich jetzt mir noch ein anderes, äh, anderes Visier drauf gemacht, weil mich das Visier so ein bisschen gestört hat, so, MPs habe ich, äh, die, ja, wie gesagt, die MP7, Schrotplüten, habe ich diese hier freigeschaltet, das ist auch eine legendäre und Handfeuerwaffen, habe ich, wie gesagt, die Pistole und dieses epische Messer, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, da so ein paar richtig coole Waffen freizuschalten, hat mich gefreut, mal wieder für euch ein Video zu machen, ich muss, wie gesagt, noch einige andere Videos machen, da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen, ich wollte euch nur diesen kleinen, kurzen Tipp mit auf den Weg geben und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, jetzt ist es am Start für euch, meine Freunde, ich werde jetzt noch ein bisschen zocken, wir haben es abends, also meine Freunde, hau rein, bis dann, Peace!